Kurz informiert bei heise online mit Sophia Zimmermann. KI auf Abwägen Google-CEO Sundar Pichai hat die jüngsten Kontroversen rund um Googles KI-Chatbot und Bildgenerator als inakzeptabel bezeichnet. Er hat strukturelle Änderungen versprochen, um die Probleme zu beheben. Das geht aus einer internen Mitteilung an die Belegschaft des Datenkonzerns hervor. Ende vergangener Woche hat Google die Gemini-Bildgenerierung von Personen nach Ungenauigkeiten der KI ausgesetzt. Zuvor hatte die künstliche Intelligenz nach Nutzeranfragen Bilder mit eklatanten historischen Ungenauigkeiten produziert. Einige Anwender hatten den Chatbot aufgefordert, historische Bilder zu erstellen, etwa von den Gründervätern der USA oder von deutschen Soldaten des Zweiten Weltkriegs. Gemini produzierte daraufhin Bilder mit Gesichtern von Personen afroamerikanischer und asiatischer Abstammung. Unerlaubter Handel mit dem Deutschland-Ticket In Halle in Sachsen-Anhalt hat die Polizei die elterliche Wohnung eines 15-Jährigen durchsucht. Er wird verdächtigt, verbotenerweise mit dem Deutschland-Ticket gehandelt zu haben. Auf die Weise soll er einen Schaden von etwa 16.000 Euro verursacht haben, teilte die Bundespolizei mit. Der Verdächtige sei aufgefallen, weil er ein Deutschland-Ticket besessen habe, das nicht auf seinen Namen ausgestellt war. Auf seinem Smartphone seien mehrere hundert Deutschland-Tickets mit unterschiedlichen Namen gefunden worden. Weitere Ermittlungen sollen darauf hinweisen, dass er diese verkauft habe. Bei den Tickets soll es sich um offizielle 49-Euro-Tickets handeln. Die für den Kauf nötigen Daten habe sich der Verdächtige mutmaßlich durch Computerbetrug beschafft, erläuterte eine Sprecherin der Bundespolizei gegenüber Heise Online. Teurer Ausflug in die Autobranche Mit seinem in dieser Woche eingestellten Fahrzeugprojekt könnte Apple bis zu 10 Milliarden US-Dollar verbrannt haben. Davon geht ein neuer Bericht der New York Times aus. Das Projektende sei erfolgt, weil sich der Konzern intern nicht über die Ausrichtung einigen konnte. Aus dem Project Titan sei so ein Titanic-Desaster geworden. In der New York Times-Mitteilung werden auch weitere interessante Details erwähnt. 2014, als das Projekt gestartet war, hätte Apple nach neuen Umsatzbringern gesucht. Das Fahrzeuggeschäft sei deshalb verlockend gewesen, weil es eine Billionenbranche sei. Einer der Gründe, warum CEO Tim Cook das Autoprojekt genehmigt hat, seien zudem Befürchtungen über die Abwanderung von Apple-Ingenieuren zu Tesla gewesen. In vier Sekunden auf 300 Kilometer pro Stunde. Das niederländische Unternehmen DroneGods hat im Auftrag des Formel-1-Teams von Oracle Red Bull Racing die vermutlich schnellste Kameradrohne der Welt entwickelt. Ziel war es, ein Formel-1-Auto des Teams über eine komplette Runde einer Grand Prix-Strecke verfolgen und aufnehmen zu können. Herausgekommen ist ein Quadcopter, der eine Höchstgeschwindigkeit von über 350 kmh erreichen kann. In vier Sekunden beschleunigt die Drohne auf 300 kmh. Die Rotoren drehen sich dabei bis zu 42.000 Mal pro Minute. Entsprechend niedrig ist die Akkulaufzeit, sie beträgt lediglich drei Minuten. Das ist allerdings lang genug, um eine Runde eines Formel-1-Grand Prix durchzuhalten. Diese und weitere aktuelle Nachrichten finden Sie ausführlich auf heise.de.